geht er runter muss ich also gehe ich noch ein modul schlüssel es kann doch nicht sein es kann doch echt nicht sein dass hier das nirgends wo ist dann kann ich hier nur mit großer Hoffnung vorangehen Orangerie ok er sagt da nach oben ja 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 zack erledigt ist mut block ok ich muss versuchen darüber zu gehen und ja ich muss oh ich glaube das ist es ok hier hin muss ich hu habe ich es doch nicht übersehen war ich nur ein bisschen zu paranoid finde ich gut lieber ein bisschen paranoid und übervorsichtig als im endeffekt echt was zu vergessen ok wie viele von denen habe ich denn hier drin das sind 8000 reicht nicht um Level zu steigen das reicht jetzt wirklich nicht um Level zu steigen ok die letzte Erinnerung Madame the Estates General brandished the threat of rebellion there is plotting afoot they are stirring up the populace worse they are making pacts a number of representatives of the nobility and the clergy have taken up the cause of the third estate as for my army I there is not a man among them I can trust that is why I have made new arrangements for you from now on the Swiss Guard will no longer be protecting you then who will my love take a look for yourself be assured you are in sturdier hands what whatever do you mean isn't that Rottier Mr. Vaucousel's dancing doll Appearances can be deceiving Madame the Count has made extraordinary improvements to this Automat Aegis this is her majesty the Queen you are now to serve her make sure no harm comes to her and obey the orders she will give you Madame I am at your service but Toulissa he can speak this makes no sense this is sorcery make no mistake Madame it is science which we owe to the work of the Count and which will soon be made known to the entire world suppose an Wahre Leibwache und Retterin. Okay. Ansatzsehmer. Ich weiß noch wieso. Ey doof sind die nicht weißt du, das ist alles, die ganze Vorbereitung. War jetzt nur um wieder hier am Anfang zu kommen. Da wo ich ursprünglich eigentlich war. Okay. Das sind nur 8.750, damit hätte ich 32.000. Reicht nicht um Level zu steigen. Was, der Boden bewegt? Nein. Nein. Schlosshof. Okay, finde ich hier noch irgendwas. Oh, 2.000 mehr. Da ist das der letzte Boss. Ja, das sind 3.400. Das sollte vielleicht sogar reichen. Ich probier's. Wenn nicht töte ich die am Anfang noch 1, 2 mal und damit ich noch ein einziges Level steigen kann. Ich würd das gern noch benutzen. Was? Was noch? 5.000. Oh, das hab ich komplett überschätzt. Es sind ja noch wesentlich mehr. Was? Ja. Was? 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 樑ンダ subtil. Was? Was? ja noch zweimal dann kann ich nur Level steigen ich habe ja sowieso in dem ganzen Spiel nicht einmal wirklich gelevelt ich habe ja nur alle Neemission und sonstiges gemacht aber gelevelt habe ich nicht von daher denke ich dass es mir ein bisschen erlaubt ist mal einfach so zu leveln kommen Geh noch einmal und dann kann ich Du wirst wahrscheinlich mein letztes Level steigen Okay Okay Ich finde es aber cool, dass du die Anzeigen sobald du ein Level steigen kannst Also das hatte glaube ich noch keiner so gemacht Jetzt ist Kraft auf 15 Jetzt das einzige was ich schade finde ist, dass man hier nicht alles neu verteilen kann Das ist das einzige wo ich echt sagen muss, ja okay Das ist schade Aber sonst wirklich Hat mir das Spiel bis jetzt wirklich gefallen Ist wirklich so storybasierend plus Dark Souls Da Der letzte Kampf Das ist schade Das ist schade kann es sein dass das die königin ja den letzten Wurzel mache ich so leicht wie möglich ich glaube ohne diese bunten wäre der echt schwer gewesen ja 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 ich wusste es Du schlugst in vain, Dancer. Du bist nicht für diese Welt. Oh, see how the Aegis turns against its master. You were not my master, tyrant! You never were! I am quite happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? The poor child, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now! Croissant! Athenaius! Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Adieu, sad puppet. No! Bonte Devine. I don't want to die. Athenaius. The sun is rising. And you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you. Just as you long for its light. For you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Rouson Souviante. You gave me your heart. You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vive heureuse, Athenaius. For it is happily that I leave this world. this way, Mature. this way, Mature. Blutia! 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 It's all. Herr, wir haben den König. Es ist jetzt nur für uns, um seine Scepter zu bewerben. In diesem Zeitpunkt, wichtige Entscheidungen müssen, ohne Verlangen zu machen. Erst und vor allem, wir müssen Paris zurücknehmen. Und wie tun wir das tun, Monsieur? Es gibt Automats überall. Und sie sind immer wieder regeneriert von ihren Kriegen. Meine Strategie ist die einzige mögliche Lösung. Monsieur Laclos' Cannonball ist mit Vitriol. Und wo werden wir finden, um Ihr Plan zu bewerben? Die Stadt Vossay ist voll von Ateliers und Schöps. Vielmehr, so weit wie wir sehen können, der King's army hat nicht mehr bewerben, und es wird nicht zu gefährlich sein, zu schauen. Sehr gut. Jetzt, regaining control von Paris depends auf unsere Verbindungen zu machen. Aber dann, wenn die Peace bewerben ist, was der König? Das ist wirklich ein wichtiges Problem. Leider die Nation ohne eine Regierung würde es auf die größte Gefahr. Worse. Es würde es auf die Kriege geben. Et bien, Herr, können Sie nicht bewerben, zusammen? Unfortunately, die Disagreements, die unsere Assemblage verbrechen, sind viel zu tief. Das, was wir tun können, ist, dass wir eine Chance haben, zu wählen die Person, die den Tyrant zu bewerben. Ich bewerben, diese Honne. Entschuldigung? Für welchen Grund, ich bitte? Enfin, einfach nur die Argumente für ihn. Speak, Monsieur le Marquis. Sie haben unsere vollen Wettbewerben. Zu Beginn mit, ich habe den Dauphin aus dem Vater geholfen, und ermöglicht die Dynasty's Stabilität. Der Kind wird als Henri V. Wir werden jemanden mit großem Wissen sein, um als regent zu sein, bis er kommt. Fie. Die Leute brauchen keine Kräunen. Ich hätte ihn doch verraten sollen. Ein König und eine Konstitution, wie Öl und Wasser. Geh auf, Monsieur le Marquis. Monsieur, ich rieche meine Kase. Sehr gut. Monsieur, wir müssen jetzt unsere Entscheidung machen. May each of us respect this decision, and set aside our personal interests for the sake of peace and the common good. Who among you approves the appointment of the Marquis de Lafayette? Er bekommt was er verdient, aber dass der andere gekrönt wird, finde ich überhaupt nicht gut. The court bows before the Marquis de Lafayette. Lieutenant General du Royaume. Louis de Bourbon, former King of France. In the name of King Henry, fifth of his name. In light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, this extraordinary royal court sentences you to the ultimate atonement. The sentence will be carried out on the hour. In its great mercy, the court will now hear your last words. My loyal subject, since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays, I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. The Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men. I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight. And I'm branded with a mark of murderer. Life. Even more than the crown was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I dispensed. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls, Dane. My death will not unite us of this, I am certain. For I, in thy misery, have lost the support of my faith. So executioner, lay me down on this board, Vatu. I will sleep now. Sleep at last. And not to dream. Go on! Go on! Go on! Go! 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 Okay, das einzige was ich bereue, dass ich ihn nicht bloßgestellt habe. Das ist, ich bin ein bisschen unzufrieden jetzt, ich frage mich, ob sich das Ende geändert hätte, hätte ich ihn bloßgestellt. Äh, ich hätte es tun sollen, das ist das einzige was ich jetzt bei StuRising bereue. Aber allem allem, weil das ist ein wirklich sehr gutes Spiel. Mir hat es gefallen, die Vielhaltigkeit, die Waffen, war der wirklich viele auch wenn ich nicht viele benutzt habe. Die Module wie du einstellen konntest, das waren wirklich viele Gegner, also auch unterschiedliche Arten. Und auch wenn die Arten gleich waren, waren die Attacken und Elemente anders. Aber ich bin zufrieden mit dem Spiel, das war das Geld auf jeden Fall wert. Und dann gucken wir nochmal, ob der noch irgendwas anderes hat. Was würde nämlich jetzt passieren, wenn ich einfach fortfahre? Was wäre denn? Achso. Der sagt dann einfach, was ist vorbei oder was? Nochmal. Ich muss gucken, ob das echt so ist. Ja. Das Spiel ist vorbei. Endgültig. Ich kann auch kein New Game Plus machen anscheinend. Ja. 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 Das war Steel Risen. Wenn ihr wollt, dass ich irgendwas spiele wollte, das ihr schon länger sehen wolltet oder dabei sein wolltet, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Ciao.